Bis vor einiger Zeit noch als Gattungsbegriff verwendet, weil es verschiedene konkurrierende Systeme am Markt gab, darunter auch Open-Source-Plattformen, mittlerweile eigentlich synonym für Twitter verwendet. Twitter ist eine Kommunikationsform, die ist einem gestattet, mit Hilfe sogenannter Tweets, das sind Zeichen, Ketten, Nachrichten von maximal 140 Buchstaben, Länge, untereinander in Kontakt zu treten, miteinander zu kommunizieren und alles weitere gibt es in dem Beitrag. Vielen Dank.